Aus der Reihe Einführung in das Medizinprodukterecht Zusammenfassung der Beziehungen der Akteure im Medizinprodukterecht Herzlich willkommen zu diesem Web-Based Training. Der erste Seminartag im Zertifikatslehrgang Medizinprodukterecht an der FAU Erlangen-Nürnberg steht unter der Überschrift Einführung in das Medizinprodukterecht. Im Laufe des Tages lernen die Teilnehmenden die Beziehungen zwischen den wesentlichen Akteuren bei der Umsetzung des Medizinproduktrechts kennen. Dieses Web-Based Training stellt eine Zusammenfassung dieser Beziehungen vor. Diese Grafik gibt einen Überblick über die wechselseitigen Beziehungen der Akteure. Zuerst wird die Bedeutung der Symbole besprochen, die für die einzelnen Akteure stehen, und anschließend wird das Schaubild in vier einzelne Teile zerlegt, die jeweils für ein Szenario stehen. Beginnen wir also mit den einzelnen Akteuren. Das Fabriksymbol steht für den Hersteller, der das Medizinprodukt entwickelt, produziert und vertreibt. Das Balkenkreuz symbolisiert den Betreiber bzw. Anwender des Medizinproduktes. Vereinfacht kann man hier auch an ein Krankenhaus denken, denn das vereint Betreiber und Anwender unter einem Dach. Der Säulenbau fasst die verschiedenen beteiligten Behörden in einem Symbol zusammen. Das Haus mit der Aufschrift NB steht für die benannte Stelle, auf Englisch Notified Body. Das erste kleine Szenario beschreibt die Einrichtung der benannten Stelle. Die zuständige Behörde in Deutschland ist die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, kurz ZLG. Ihre Aufgaben regelt ein Staatsvertrag. Sie untersteht einem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Das nächste Szenario zeigt die Interaktionen der Akteure mit Bezug zum Qualitätsmanagement-System. Man spricht auch vom QM-System. Der Hersteller beauftragt eine benannte Stelle seiner Wahl. Dadurch entsteht ein privatwirtschaftlicher Vertrag. Die benannte Stelle muss natürlich für die Art Medizinprodukt, das der Hersteller herstellt, benannt sein. Die benannte Stelle begutachtet das Qualitätsmanagement-System des Herstellers in einem Audit. Wenn das Qualitätsmanagement-System die Anforderungen des Gesetzgebers erfüllt, stellt die benannte Stelle ein Zertifikat aus. Die benannte Stelle zertifiziert also das QM-System des Herstellers. Anschließend führt die benannte Stelle regelmäßig Überwachungsaudits durch. Die benannte Stelle überwacht somit das QM-System des Herstellers. Nach einigen Jahren läuft das Zertifikat für das QM-System ab und kann nach einem sogenannten Rezertifizierungsaudit rezertifiziert werden. Wenn die benannte Stelle bei Überwachungs- oder Rezertifizierungsaudits schwerwiegende Abweichungen zu den gesetzlichen Anforderungen, feststellt, muss sie die Behörden informieren. Die benannte Stelle unterrichtet die Behörden. Das dritte Szenario beschäftigt sich mit der klinischen Prüfung. Für die Konformitätsbewertung muss der Hersteller eine klinische Bewertung durchführen. Teil dieser klinischen Bewertung kann eine klinische Prüfung sein. Für eine klinische Prüfung an Menschen muss eine behördliche Genehmigung vorliegen, für die der Hersteller bei der Behörde ausführliche Unterlagen einreichen muss, die die klinische Prüfung beschreiben. Die zuständige Behörde in Deutschland ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM. Die Einreichung der Unterlagen erfolgt über das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, kurz DIMDI. Hier gilt also, wenn die klinische Prüfung genehmigungsfähig ist, der Hersteller beantragt die Genehmigung der klinischen Prüfung bei der Behörde. Die Behörde genehmigt die klinische Prüfung. Außerdem muss ein positives Votum der zuständigen Ethikkommission eingeholt werden. Das vierte und letzte Szenario geht auf das Inverkehr bringen und den Betrieb des Medizinproduktes ein. Wenn das Konformitätsbewertungsverfahren abgeschlossen ist und der Hersteller das CE-Kennzeichen an das Medizinprodukt angebracht hat, kann das Produkt in Verkehr gebracht werden. Dazu muss die Behörde benachrichtigt werden. Der Hersteller zeigt das Inverkehr bringen des Medizinproduktes bei der Behörde an. Bei einigen Medizinprodukten besteht eine Einweisungspflicht. Diese Einweisung muss durch den Hersteller oder eine von ihm beauftragte Person erfolgen. Vereinfacht kann man also sagen, der Hersteller weist den Anwender in die Bedienung des Medizinproduktes ein. Kommt es während des Betriebs eines Medizinproduktes zu einem Vorkommnis, muss in Abhängigkeit von der Schwere des Vorkommnisses eine Meldung an die Behörde erfolgen. Dafür gibt es zwei Meldewege, die beide genutzt werden müssen. Der Betreiber meldet Vorkommnisse an die Behörde und er meldet sie an den Hersteller. Der Hersteller meldet Vorkommnisse dann an die Behörde. Außerdem muss der Hersteller das Vorkommnis untersuchen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen. Außerdem gilt, die Behörde überwacht den Betreiber. Welche Behörde für die Überwachung der Betreiber zuständig ist, ist in Deutschland abhängig vom Bundesland und von der Art des Betreibers. Ist der Betreiber zum Beispiel ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis? Werden alle vier Szenarien in einem Bild gezeigt, sieht das so aus. Können Sie die Sätze, die die Interaktionen der Akteure beschreiben, selber formulieren? Pausieren Sie das Video und versuchen Sie es. Im Anschluss können Sie die Kurzzusammenfassung noch einmal lesen. Wir danken Ihnen für die Teilnahme und allen Mitwirkenden und den Projektträgern für Ihre Beteiligung. Mehr Informationen zum Zertifikatslehrgang und weitere Zusammenfassungen finden Sie auf der Homepage des Zentralinstituts für Medizintechnik unter www.zimt.fau.de вас wird es geringte, bis heute30 Blake und zerst Others. Das Stand you à! Wenn du sie es an uh failure ist, ist das Ton wieder einer netastlichen Art Du wirst eine Dienste, deine Dienste, Vielen Dank.